Herzlich willkommen zu einem neuen Shop Video. Es gab jetzt eben gerade eine Neuigkeit, die ich euch jetzt kurz zeigen werde und zwar gibt es ein Power-Leveling-Wochenende. Wenn ihr am Samstag oder Sonntag vorbeischaut, dann könnt ihr einen extremen EP-Boost freischalten, um noch schneller hochzuleveln. Ich finde tatsächlich ganz cool, dass es direkt am ersten Wochenende passiert. Ich habe mich schon gefragt, wie man es denn sonst schaffen sollte, zum Beispiel Level 250 normal zu werden oder so. Also, wahrscheinlich wird es das häufiger geben und man bekommt immer einen Boost und der hält so lange an, bis man ihn verbraucht hat. Das heißt wahrscheinlich gewisse EP, die man dann schnell bekommen kann und dann ist es eben halt irgendwann zu Ende und dann kann man das eben nicht mehr freischalten. Wird es allerdings wahrscheinlich, wie gesagt, immer häufiger geben und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns den Item-Shop an. Wir haben heute den Kuschel-Horror-Skin zurück. Wieder auch ein Halloween-Skin, einfach der Kuschel-Bär-Charakter im Halloween-Stil im Prinzip einfach ist tatsächlich nur ein blauer Skin. Was ich ziemlich krass finde, da die restlichen Kuschel-Bär-Skins ja alle legendär sind, finde ich lohnt sich auf jeden Fall. Für den Preis kann man das auf jeden Fall kaufen. Und dann gibt es auch noch die Kuschel-Kralle, ist eine nice Spitzhocke. Dann haben wir als nächstes den Strandbomber, eigentlich heißt es die Strandbomberin. Egal, auf jeden Fall im Prinzip die Farbenbomberin im Strandstil und etwas kürzeren Klamotten. Sieht ganz nice aus, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann gibt es noch die Farbensternchen-Lackierung, ist jetzt nichts allzu besonderes, nicht animiert, nur grün. Und dann gibt es noch den Farbenflieger, der ganz nice aussieht, also für den 500-Wieber-Gleiter auf jeden Fall in Ordnung. Dann gibt es als nächstes den Rio Grande-Skin, finde ich richtig, richtig cool. Auch mit zwei Stählen, einmal mit und ohne Hut. Hinten ist Backpack, sieht auch ganz nice aus, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann gibt es noch den Grenzläufer, sieht auch ganz nice aus. Auch wieder mit zwei Stählen, einmal ohne und mit Kopfverdeckung. Hinten ein Dynamit-Rucksack, sieht nice aus. Dazu gibt es dann die Dunkel-Splitter-Spitzhacke, die ja damals zum, wahrscheinlich zum Deadfire-Skin, genau, zum Deadfire-Skin kam die raus, sie ist reaktiv. Verwandelt sich, wenn du Schaden verursachst oder länger als andere Spiele überlebst. Dann färbt die sich so ein bisschen lila, ist Teil des rauer Westensets und hat eine epische Seltenheit, gerade als 1200-Wieber-Gleiter, ist auf jeden Fall in Ordnung, die Spitzhacke sieht cool aus. Dann gibt es noch Langhorn, ist auch eine nice Spitzhacke. Dann der Deadfire-Skin, einmal wozu die Spitzhacke gehört, finde ich auch richtig, richtig cool. Ist auch passend zu Halloween, hier hinten das Backpack wird liederna, also es leuchtet deutlich mehr. Und der Skin an sich bekommt so einen grünen Stil. Ich finde es schade, dass das hier nicht mehr vorgezeigt wird. Auf jeden Fall beginnt er dann auch zu leuchten. Das war es dann auch schon mit den Skins. Dann gibt es die Astro-Assassinen, ist ein ganz netter Skin. Schön schlank, wobei für 1500 V-Box hätte ich da ein bisschen mehr erwartet. Ich finde es eher ein blauer Skin, trotzdem in Ordnung. Dann gibt es noch die Abtrünniger. Ich finde diese No-Skins, diese Season, also die wurden ja geändert. Und so diese ganzen ursprünglichen No-Skin-Charakter, die ziemlich ähnlich aussehen. Ja, die sehen solchen Skins ja ehemalig ziemlich ähnlich. Und wenn man sich ja mal den vergleicht mit dem, dann würde ich mich so fragen, warum 800 V-Box ausgeben, nur damit man rote Kleidung statt einer klassischen Grünkleidung bekommt. Und es gibt ja auch Skins, die wirklich genauso aussehen mit dieser grünen Kleidung. Finde ich ein bisschen schade an, dass sich solche Skins einfach nicht lohnen und wer solche ehemalige gekauft hat. Tja, der hat nun mal Pech gehabt. Dann gibt es noch Pirouette. Für 200 V-Box auf jeden Fall in Ordnung. Dann gibt es noch Kuschel-Schatten, neu aus dem Royal Romantic Set. Sieht ganz nice aus. Hat eine coole Animation, gefällt mir. Dann gibt es noch blaues Kamo, relativ klassisch. Einfach ein Kamouflage-Dock. Wobei der Software-Schniper tatsächlich hier ziemlich, ziemlich nice aussieht. Auch auf der Pistole sah das nice aus, also gar nicht so schlecht. Und als letztes gibt es noch wahre Liebe. Auch ein nice-E-Mode. Gefällt mir auf jeden Fall. Das war es mit dem heutigen Job-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.